Hey Killers! Hallo Team! Hab ich da eben mit Hello gehört? Oh, du sollst dich mal gut halten. Where do you wanna go? Hello? Was? Blau? Oh, ich hab hier wieder die absoluten Geheimagenten am Start. Shit! Wo sollen wir hingehen? Äh, äh, Blau? I go for plant, safe. I love... Oh, wir haben ihn's neckt! Er flüchtet! Hahaha, Geheimagent, Lurchboy! City... Gisela ist ja meine Hühnerfreundin, wo ist sie denn? Gisela, hallo? Gisela? Ah! So, komm mal mit Gisela. Komm. Ah, sie hängt irgendwo. Und das Graveyard? Graveyard ist da. Okay, komm, schnell, schnell, schnell. Ich bin gerade nicht sicher, ob das letzte Spiel hier auf dem Main-Account loose war. Haben wir im Livestream auf meinem Main-Account gespielt, Matchmaking, oder haben wir Faceit? Wir haben Faceit gespielt, stimmt! Somit, ähm, ist der Lem, äh, Supreme, meine ich, gar nicht so weit weg. Also überhaupt nicht jetzt einfach mal frech, wie ich bin. Gisela, schnell, geht er weg! Gisela! Ballert er denn rum? Schnell, Gisela, komm her! Nein! Oh! Wenn ich hier vielleicht 50, 60 Punkte bekommen sollte, dann könnte das was werden. Wir gucken mal, ich stehe jetzt bei 19. Ah, da! Drei Sternchen! Schon wieder nehme ich die Bombe. Alles klar! Ein viertes Mal Bombe planten, warum nicht? Ja, guck mal, er wollte B hoch und ein paar Kills machen und stirbt. Dödel. Und das Library, I can molly him. Flashang Long. Was machen die denn? Oh nein, oh! Wer hat mich da erschossen? IUP ist am Start, ja? Aber jetzt nehmt ihr bitte mal die verkackte Bombe, danke! Und wer schmeißt mir die wieder in den Schoß? KAPUWA! HALS STOPP! Nee! Die City sind jetzt ultra vorsichtig, die gammen gerade hart, ich versuche ihn hier irgendwie von Long zu schützen, aber... Ja gut, so wird das nichts, alles klar. Nice. Hoffen wir einfach mal, dass frei ist. Einer! Nein! Schokolade! Can you drop, please? Thanks. Sehr gut, sehr gut, der hat mir gedroppt. Es, äh, kommuniziert. Jetzt müssen wir halt nur irgendwo ein Entry bekommen, das gerade eben war ja läppig, aber wir haben halt auch zwei IOPs gehabt. Da hat dieser krasse Vorstoß gefehlt, der hier mit dem, äh, team Agent Sonst am Start ist. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Ok, she's moaning! Schell Jungs, ihr müsst ran, jawoll! Wenn Agent Köthel, ich bin Agent Köthel, wenn er vorstößt, da muss der Rest nur mit. Und dann läuft es. Übrigens, morgen 18 Uhr, Livestream. Ja, ja, auf Twitch. So, jetzt gehen wir mit Vollschmackes ran. Hoffentlich wird die Bombe nicht hinten vergessen. Schaut mal, wie sie da liegt, ganz alleine. Oh, zwei, down auf B. Das ist ja schon mal nicht so schön. Okay, jetzt. Der Brunnenboy, was? Alter, zwei, mein Brunnen, das ist zehn. Er hat ihn mit der AWP in die hier obere Region geschossen und er überlebt einfach. Ist schon frech. Bist du was auch freches? Ich habe noch gar nicht die neuen Zuschauer begrüßt. Willkommen hier auf dem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr da seid. Hier wird alles Mögliche hochgewurstelt und so, ich sag mal, ja, vom Schalk geritten wie möglich gehalten. Oh, 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 jetzt geht's. Das drückt er aber hier auf A. Nun ist er rein, ne? Oh, gelb hat ihn eingefistelt im O. Ich weiß echt nicht, was sie vorhaben. Ich glaube, sie wollen Mitte hoch, aber irgendwie auch nicht. So halb, halb vielleicht. Oh, Alter, was ein Flash. Ich stürme mit ihm den Long... Jetzt muss mich bei Mates so hart ausbremsen, dass ich eine Zeitlupe da rumschlappe. So, jetzt mal locker Rundenwin hier, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit den Boys auf City sehr schwierig ist, weil die gar nicht reden. Also wir spielen zum Glück gut. Carry Boy, Bubbla, kennt man ja. Regelt schon irgendwie die ganze Schose, aber bei City wird es nicht so einfach, weil, ja, ne? Da muss dann schon gesagt werden, was los ist. Natürlich sind Geheimagenten ja eher ruhig. Und daran halten sie sich auch. Aber wenn man im Team zusammen Geheimagentieren möchte, muss man auch etwas, etwas schwätzen. Keiner sagt, was ihr pisse. Alter! Er ist oben drauf. Uff. Morning Pit. Hier ist ein Pit. Oh nein. Also wenn er den Pit... Oh, ja, nice. Mit ganz viel Pech hat er im Pit die Bombe, die down war, angesagt. Ja, guck mal da. Wahnsinn. Du hast aber ein bisschen mehr Glück als Verstand gehabt, der Boy. Welcher City bewacht denn so die Bombe? Okay, dann hey, guys. Shall we go B? Okay, let's go B, dann. He's down. Alter, Gelb, komm doch bitte mit auf B. Oh, sehr schön. Und in der Ecke holen wir sie schon wieder. Also ich weiß nicht, was hier mit unseren Echos los ist. Die klatschen wir richtig schön. Und normale Runden verkacken wir manchmal. Vor allem, wenn ich direkt am Anfang sterbe, dann ist irgendwie tote Hose bei den... bei den Kollegahs. Aber könnt ihr jetzt bitte mal die verkackte Bombe nehmen, Jungs? Ich muss mal was auf B regeln. Guck's dir an. Wer ist wieder ganz hinten bei der Bombe? Der Doof-Bubbler. Sehr schön. Auf A sind sie durch. Modeling Pit. Nading Pit. Ach du Scheiße. Hat der jetzt lieb. I think one is on the spot, ey? I keep trying to plant. One is shot, shot, shot. Ah, shit. Okay, schon letzte Runde. Da müssen wir jetzt natürlich ran. Be rushed together. Oh fuck. Oh nein. Oh nein. Ja, das war aber eine glückliche Wendung. Aber hey. Die 50 Punkte müssen wirklich ultra, ultra easy drin sein. Ein Lose wäre jetzt wirklich sehr unanständig. Deswegen, Jungs. Zack. Gisela, komm mit. One down, another one. Maybe two. Bump down in front of me. Komm schon. Der sieht jetzt echt gut aus. Jelon macht hinten zu und dann ist alles super. Superb. Und ist still. Just wait, Jelon. We got this. Just wait, Orange. Wait. Alter Falter, ey. Wir hatten die so schön im Cross. Warum geht Orange dann für den letzten Kill, nachdem sogar Jelon ja stirbt, warum geht er von seiner geilen Posi und stinkt? Also, er hätte schon runterspringen können, klar, um die Position zu ändern, aber... Come on. Agenten? Versammelt euch. Zum Dödeltag. Nice. Oh. Bomb down. I'm behind him. Ey, wie grün mit der Pump abgegangen ist. Ganz großes Hellau. Grün hast du dir verdient. Gönnt ihr. Ich werde mich jetzt mit P90 close stellen und schauen, ob da was geht. Und wir sind so ultimativ arm. Guckt ihr das an. Wir haben jetzt, also die Runde müssen sie eigentlich gewinnen und selbst dann brauche ich unbedingt einen Job, weil ich hab auf Null runtergekauft. Ich dacke. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass sie das gewinnen. Geh mal, Luft. Du alter Sack. Nja. Agent Köttl hat zugeschlagen. Wow. Oh, einer ist über mir. Einer ist... Und es seid... Oh, Gottes Willen. Das ist doch das echte Fahrt. Sag mal. Dieses ganze Momentum, das ganze Timelag und alles, was ich am Anfang hatte, ist jetzt verschwunden. Komplett. Okay, ich muss meine Pose vielleicht ändern, aber jetzt zum Ende hin. Naja. Es läuft ja. Fürs Team läuft. Scheiß drauf. Und jetzt müssen wir wirklich abnormal save spielen. Also alles andere ist Brech 1. Ich hab jetzt in dieser gesamten zweiten Hälfte, die sehr kurz sein wird für euch, weil man halt auch, ja, nichts Besonderes zu sehen hatte. Es ist gar nicht mehr. Gar nicht mehr rund gelaufen. Und in front of me. Two. Nice. He's out. Nice. Okay, Assist, aber was soll's. Bin dann erst clear. Ich hab zwar wieder nichts gemacht bis auf einen Assist, aber... Troy ist schon mal drin. Darum smoke ich jetzt hier und halt dann einfach rein, oder? Nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Du Scheiße, Alter. GG schreibt der Kackvogel. Und was lernen wir daraus? Mit einem guten Team. Also ein bisschen mehr Kommunikation und etwas weniger Saltiness von Grün. Wäre das ein Win, eigentlich, oder? Also, die haben jetzt mit Hängen und Würgen. Haben sie jetzt dann das 1415? Ich denke dann wahrscheinlich auch das 1515, je nachdem, wie wir halt unsere letzte Runde dann so spielen. Also, ich hab fast kein Geld. Alle Kollegen haben fast kein Geld. Äh, ja, irgendwie hat keiner Geld. Müssen wir mal gucken. Also, er kann kaufen und der Rest muss halt Diegel holen oder sowas. Ich mach jetzt hier eine Diegelrunde. Ohne Kevlar. Oh, oh. GG. Der vertrottelt da auf und mann. Naja, im Thai. Immerhin Ebbes. Oh, guck's dir an. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Es sieht wirklich gar nicht so übel aus hier Richtung, äh, Bad Kreuznach, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich werde das Ding jetzt geschwind schnibbeln und dann hochpumpen. Beziehungsweise, äh, enkodieren lassen. Zwei Stunden lang und dann hochpumpen. Äh, es wird wahrscheinlich so acht oder neun, bis es da ist. Naja, was soll's. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.